Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario. Es geht wieder weiter hier im Lava Lava Island Vulkan Dungeon. Äh, sind wir im letzten Part. Habe ich da gerade was liegen sehen? Warte mal, da muss ich nochmal ganz kurz hoch. Da liegt doch ein Item. Kann ich zufällig loslassen? Auf halbem Weg. Ja, warte mal, ich kann runterjumpen, ne? Da liegt auf jeden Fall was. Oder ich kann fliegen. Warte mal, das ist vielleicht die logischere Erklärung. Wenn ich jetzt hier einfach den mache. Ah, oh shit. Fliegen ein paar Meter, hätte ich gesagt, aber ne, das war jetzt nicht ganz so geil. Shit, ich bin echt schwachbrüstig gerade. Ich glaube, ich will einen Sternsturm machen, Leute. Ah, ich müsste echt rausgehen und mich mal heilen kurz. Manno! Okay, wir machen mal kurz Sternsturm. Ich hoffe, das klatscht halbwegs alle Gegner weg. Also, ja, eigentlich nicht. Okay, der ist weg, das ist schon mal gut. Ich habe jetzt halt nichts, was fünf Schaden macht. Ohne BP, glaube ich. Äh... Ich könnte Buu holen, ich könnte... Ja doch, ich hole mal Sushi. Ich glaube, Sushi könnte Schaden machen. Mit der Bauchlandung. Rüber nach links und lass los, wenn... Okay. Okay. Da haben wir schon mal fünf Schaden angerichtet. Äh... Aua. Okay, und dann hier mit dem Sprung müsste ich es eigentlich... Beenden. Tschüssi, mein Freund. Okay. Jetzt kann ich mir zumindest in aller Ruhe erstmal kurz den Orden da holen. Hoffe ich zumindest. So, also da ist auf jeden Fall was. Ihr habt es gesehen. Vielleicht kann ich aber auch loslassen auf halbem Weg. Ja, kann ich. Okay. Ich denke zumindest, dass das ein Orden ist, oder? Ja, nicht so runterhüpfen. Jo. Feuerschild-Orden erhalten. Reduziert erlittenen Feuerschaden um eins. Uh. Das ist, glaube ich, ganz nice. Äh... Wie viel kostet der denn? Das ist halt die Frage. Und wo ist er? Gruppenfokus lässt. Auch Marius' Freundin das Fokus-Kommando anwenden. Ich weiß gerade nicht, was das Fokus-Kommando ist. Was heißt denn Fokus-Kommando? Dass ich da auch mit den Sternen... äh... ...interagieren kann, quasi? Haben wir den denn schon gesehen? Feuerschild. Kost zwei. Reduziert Feuerschaden um eins. Springt Mario auf brennende Gegner. Brennt ihm nicht der Kittel. Okay. Aber wir haben ja quasi das schon. Ich könnte das jetzt auch noch machen. Ich denke, das wäre auch... ...in dem Fall... ...von Vorteil... ...kraft plus... ...BP plus... ...Schnellwechsel... ...Schnellwechsel will ich auf jeden Fall drinnen behalten. Power-Douts... ...Sprung plus... ...soll ich den Power-Douts erstmal rausnehmen? Ich glaube ja. Ich nehme den Power-Douts raus und nehme dafür den Feuerschild-Orden rein. Ich glaube, den werde ich aktuell eh nicht einsetzen, den Power-Douts. Ah, uns geht es aktuell nicht gut, ne? Wir haben ein Gelee-Royal. Ich nehme erstmal eine Super-Soda. Ich glaube, Gelee-Royal möchte ich noch nicht verwenden. So, ich gehe mal kurz nach links. Keine Ahnung, ob es der richtige Weg ist. So, erstmal auf Watt wieder wechseln und... ...vor sich halten. Ja, guck mal, da ist nämlich gleich ein Block hier. Ja, bam, Alter. So, stell 10 KP wieder her. Schön. Da könnte ich rüberfliegen. Theoretisch. Hier kann ich nichts machen. Und da komme ich nicht nur mit dem Hammer weiter, mit dem neuen. Das heißt, ich würde vermuten, wir bekommen hier vielleicht den neuen Hammer. Das wäre natürlich saugeil. Würde ich mich echt drüber freuen. Äh, Paracarry. Okay, das hat schon mal geklappt. Und hier können wir... Hä? Ah, okay, ich kann den Lava-Strom stoppen, verstehe. Cool. Das ist cool. I see, I see. I see, I see. Ähm. Ja, das ist schon cool. So, zack, ne? Jetzt trocknet das aus und jetzt kann ich rübergehen. Hey. Das ist schon cool. Schön. Ja, da rechts ging es auf jeden Fall auch noch weiter. Äh, wir haben auf jeden Fall noch ein paar Geheimnisse, die wir lösen müssen hier. Also, es gibt jetzt drei Wege insgesamt auf der rechten Seite, die wir gehen können. Ja, und halt da. Ich denke mal, da ist der Hammer drin, ne? Warte, ich will mal kurz auf Block wieder wechseln. Okay, hier gibt es diesmal keinen Block. So, zack, zack, rein damit. Und dann, zack, zack, zack. So, und jetzt können wir auch hier wieder rüberfliegen. Oh Gott, Feuergegner. Bam. Schön auf den Kopf ist. Oh nein. Äh. Okay. Mitglied wechseln. Dü, 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 Gumbario. Äh, Fokuskommando ist das, ne? Ne. Ja, doch. Ach. Fokus war nur das. Ich kann mich nur aufladen. Ja, das ist natürlich jetzt nicht so wichtig. Ne. Das ist wirklich nicht so wichtig. Okay, Scanner. Er pumpt Kamek. Das ist ein roter Kamek. Er ist ein Magier des Koopa-Clans. Fetzige rote Robe. Oder was? Elf. Angriffskraft drei. Er kann mit Magie die Angriffskraft seiner Kupan erhöhen. Kümmere dich um ihn, bevor er seine Leute aufpeppt. Okay. Oder wir töten halt seine Leute. Oh, das geht ja auch. So, Sprung. Zack. Ah, shit. So, greift er mich auch an oder peppt er seine Leute auf? Ja, Angriffskraft plus eins halt, ne? Jo, ist jetzt nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Ich mach jetzt einfach den. Zack. Dü, 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 dü. Mit Glied wechseln. Ich nehm. Ach, komm, wir nehmen mal kurz Bu. Und geben der eine schöne Ohrfeige. Schön fünf Schaden reingehämmert. So. Ist einfach abgehauen. Die Socke. Feige, sau. Okay, ist schwer drauf zu springen, auf jeden Fall. Gut, die kennen wir schon. Da. Ich würd, glaub ich, mal ne Erfrischung machen. Und ich freu mich gerade sehr, denn ich glaube, wir kriegen gleich den neuen Hammer. Und dann machen wir natürlich auch nochmal mehr Angriffsschaden. So, und hier würd ich jetzt mal den Tsunami versuchen. Mit Glied wechseln. Sushi. Let's go. Ich bin nicht gut in dem Tsunami, äh, Ding. Da geht auf jeden Fall noch was. Aber wir haben trotzdem gut Schaden gemacht. Und die haut auch wieder ab. Ja, das geht ja ganz gut klar. So. Herzchen, BP, das gefällt mir alles. Sehr schön. Äh, what? Hast du hier noch was zu entdecken, zufällig? Bevor ich jetzt weghau, äh, gehe. Nö. Sehr schön. Das heißt, wir bekommen jetzt unseren neuen Hammer. Ich freu mich. Let's go. Jo. Du hast den Ultra-Hammer. Deine Angriffskraft von Mario-Hammer-S... Äh, was? Die Angriffskraft von Marios-Hammer-Angriffen wird erhöht. Außerdem kannst du nun Metallblöcke zerstören. Geil. Zack, Alter. Jawohl. Ach, schön. Leute, wir sind stärker geworden wieder. Jetzt hat die Frage... Äh, das war Power-Carry. Nö. Das war knapp. Ich hätte gesagt, wir gehen jetzt erstmal ganz oben lang, oder? Ich hätte jetzt gesagt, ganz unten ist der Hauptweg, der Mainweg quasi. Und wir gehen erstmal ganz oben lang. Ist halt die Sache, ne? Weißt du, wo es lang geht? Auf offiziellen Wegen. Geht's hier auf offiziellen Wege lang? Meine vielen bewährten Intuitionen sagen mir, dass uns große Entdeckungen bevorstehen. Aber dieser geheimnisvolle Block versperrt uns den Weg. Verflucht. Was sollen wir tun? Aufhauen. Ja, ausgezeichnet, Mario. Lass uns keine Zeit verschwenden. Auf zu Ruhm und Erre. Ja. Hm? Er soll sich da schätzen. Schätze, alter Junge. Mach Platz, ich geh voraus. Was ist denn mit ihm? Bist du doof? Wow. Naja, passiert. Okay, hier ist nix. Oh Gott. Wäre mir jetzt was auch passiert? Ja, aber da unten muss ja auch irgendwas sein. Oh Gott. Ähm. 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 Hätte ich jetzt was machen können? Ja, das sieht mir schon wieder zu... Ah, ich weiß nicht. Sieht mir schon wieder zu seiner Story aus, oder? Mann! Ich weiß aber nicht, wo ich lang gehen soll. Oh, ich kann nicht zurück. Ah, ich glaube, ich hätte den Geist nehmen sollen, ne? Ich glaube, dann kann ich auch zurückgehen. Egal. Komm. Falls es jetzt da noch irgendwas Relevantes geben sollte, dann müssen wir halt immer reingehen. Ich geh jetzt erstmal weiter. Shit. Ich glaube, ich glaube, wir sind trotzdem aktuell, glaube ich, effektiver mit dem hier. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Oh, okay. Sehr schön. Und dann... Schön draufjumpen. Sehr gut. Ja, aktuell befinden wir uns ein bisschen im Low-Level-Bereich. Low-Leben-Bereich. Ich ignoriere den mal. Boah, das war knapp. Das war echt knapp. Aber wir lieben das Risiko. Okay, hier ist auch nix. Weiter geht's. Ach, Herr Jiminy. Für Gegner habe ich gerade keine Zeit. Okay, ich gehe mal kurz auf Buu. Obwohl, warte mal. Okay, wir müssen den... Mario! Warte einen Moment! Wo kommst du schon wieder her? Nach dem Stand meiner meiner bisherigen Informationen sollte sich der Schatz hier in der Nähe befinden. Aber ich muss noch ein bisschen weiter vordringen. Okay. Dann mach das. Ich wechsle jetzt mal auf Buu, denn ich glaube, ich muss dann diesen Stachelblock da wieder ausweichen. Er muss jetzt diesen ganzen Weg davor schieben. Das ist verarschen. Das ist doch nicht euer Ernst. Schnarch. Ja, ähm... Und was macht ihr heute noch so, Leute? So, meine Güte. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Unsichtbar machen. Der Arme. Haha. Oh, da tut mir ja gar nicht leid. Okay, haben wir hier noch was? Nö. Du, 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 du. Du, 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 du. Okay. Oh, nein. Der Arme. Das war knapp, alter Junge. Oh, mein armer Panzer. Au. Hi, hi. Was ist denn nun mit dem? Oh. Ja, wo denn? Oh. Bin ich hier überhaupt noch richtig? Er ist ganz nah. Meine Schatzsucheinstinkte spielen schon völlig verrückt. Meine Intuition sagt mir, hier drüben. Ja, das ist der Bossfight wohl. Okay, da ist die Bodenplatte. Zack. Sehr schön. Da war schon mal einen neuen Sternsplitter. Zack. Keilung. Und ich gehe nochmal kurz hier runter gucken. Mal sehen, was wir hier unten noch finden. Ein Speicherblock. Okay. Jetzt geht es hier auch noch weiter. Mario im Anmarsch. Ergebnis der Zielanalyse. Er ist auf der Suche nach dem Stern. Code Rot. Sofortiger Bericht. Alarm. Alarm. Ich bin schon wieder verwirrt. Geht es jetzt oben lang oder unten? Muss ich das verstehen? Ey, hier gibt es so viele Wege. Wir müssen auf jeden Fall nochmal rein. Wir haben schon so viel verpasst. Okay, wir haben hier einen Superpilz. Ahornsirup. Oh, wie, das scheint nicht zu sein. Oh, wie, das scheint, äh, nicht zu sein. Nun denn, selbst meine hochsensible Intuition kann sich manchmal irren. Aber ich gebe nicht auf. Lass uns einen anderen Weg nehmen. Vielleicht befindet sich der Schatz noch etwas tiefer im Vulkan. Ja, vielleicht. Ich denke auch. Okay. Was wird uns erwarten, Leute? Ich werde auf jeden Fall den Bosskampf in dieser Folge jetzt nicht mehr anfangen. Das machen wir auf jeden Fall im nächsten Part. Ähm. Die Frage ist, wie rüsten wir uns gegen den neuen Gegner? Wir haben ja schon gelernt, es ist auf jeden Fall ein Feuerpyranja. Dementsprechend, äh, standardmäßig erstmal Gumbario zum Scannen. Und ansonsten... Der Ultrahammer ist auch mega cool, ne? Den konnten wir aber noch gar nicht so richtig einsetzen. Ähm. Wir haben den Sprungplus. Weiß nicht, ob wir den jetzt brauchen für den Bossfight. Keine Ahnung. Superbeben kommt mit. Schnellwechsel. Brauchen wir auf jeden Fall auch für den Bosskampf. Äh. Kraftplus, nehmen wir mit. Setzt du das Actionkommando korrekt ein, wird der Schaden halbiert. Hm. Aber ich hätte gesagt, die beiden auf jeden Fall auch. Schützt Mario vor Vergiftung und Verwirrung. Ist, glaube ich, auch gut. Ich meine, den Spion könnte man für den Bosskampf jetzt rausnehmen, aber... Wegen dem einen Punkt, weiß ich nicht. Schwierig. Es ist schwierig, sich zu entscheiden. Bei uns fehlen halt aktuell auch so geile Attacken manchmal, ne? Ja. Anti-V-Heap, Hammerwurf, Erdbeben. Ich glaube, das Superbeben ist geiler. Logisch. Kostet aber auch mehr BP. 4 BP, 2 BP. Ne, wir nehmen schon das. Das auf jeden Fall. Power-Hower. Ne, 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 ne. Multisprung wäre noch so eine Sache. Ich weiß halt nur nicht. Sprung plus. Kann man machen. Muss man aber nicht. Oder den Multisprung. Powersprung oder Multisprung. Ich meine, der ist jetzt auch nicht so viel stärker. Ich mache einen Multisprung. Oder? Powersprung, komm. Ja, machen wir es so. Gut, Leute. Dann im nächsten Part geht es los. Zum Bossfight. Ich bin gespannt, wie der wird. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Und danach müssen wir auf jeden Fall nochmal in den Vulkan rein. Und die letzten Geheimnisse finden. Bis zum nächsten Mal. Zu Paper Mario. Tschüssi, Leute.